Tiger, nicht wieder mit der Maus spielen! Nanu, wer hat denn hier die ganzen Putzschwämmchen zerbröselt? Huch, na du bist der kleine Übeltäter! Was ist los? Wir haben eine Maus im Haus. Wo ist sie denn? Kann ich sie mal sehen? Die hat sich jetzt hinter den Küchenschränken versteckt. Da brauchen wir wohl eine Mausefalle. Okay, ich besorge nach der Arbeit eine Lebendfalle. Wir könnten eine Katze gebrauchen. Eigentlich will ich aber lieber einen Hund. Wir haben doch schon dich, das reicht. Und eine Maus. Ich mach auf. Kommen Sie doch bitte rein, Frau Müller. Dankeschön, das ist sehr freundlich von Ihnen. Setzen Sie sich doch bitte. Was können wir für Sie tun? Es ist mir etwas unangenehm. Aber wissen Sie, ich hab ja keine Familie mehr und ich weiß auch gar nicht, was ich sonst tun soll. Also dachte ich, Sie sind ja auch so eine reizende Familie mit Ihrer süßen Tochter. Und also, naja, da bin ich nun. Hm, und worum geht es denn? Also kurz gesagt, ich muss ins Krankenhaus. Wissen Sie, das Herz, das muss operiert werden. Das ist nichts Schlimmes, das macht mir schon seit Jahren Kummer. Wissen Sie, also einmal, da war sogar... Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Sie wollten uns um etwas bitten? Ach so, ja, ja. Manchmal bin ich etwas durcheinander. Wissen Sie, in meinem Alter. Da, das ist Tiger. Oh, die ist ja süß. Ja, das ist eine ganz treue Seele. Aber ins Krankenhaus kann ich Sie leider nicht mitnehmen. Und ins Tierheim gebe ich Sie nicht. Also meine letzte Hoffnung waren Sie. Wir? So für ein bis zwei Wochen. Au, ja. Bitte sag ja, Mama. Nanu, du wolltest doch lieber einen Hund haben. Aber eine Katze könnten wir jetzt echt gut gebrauchen. Ja klar, das machen wir. Wir passen gerne auf Tiger auf, solange Sie im Krankenhaus sind. Ach prima, das hatte ich gehofft. Tiger ist hier in guten Händen. Dann bis bald. Na Tiger, willst du mit Fernsehen? Guck mal, die kuschelt mit mir. Möchtest du auch noch was trinken? Nö. Hey, das ist mein Platz. Weg da. Das war dein Platz. Na toll. Tiger, lass die Eichhörnchen in Ruhe. Ja Tiger, geh lieber in die Küche und fang die Maus. Mama, Tiger ärgert die Vögel. Die soll sie in Ruhe lassen. Das ist der Jagdtrieb. Eine Katze kann nicht anders. Vielleicht hat sie Hunger. Mama, ich hole ihr Katzenfutter. Ja, mach das. Mama. Tiger hat in den Sandkasten gemacht. Und hat das dann verbuddelt. Ach herrje. Da habe ich mal kurz nicht aufgepasst. Na komm, ich mache es jetzt weg. Nein, Tiger. Schimpf nicht mit ihr. Das hat sie nicht gemacht, um dich zu ärgern. Katzen verbuddeln ihr Geschäft nun mal. Und der Sand ist so schön weich. Das macht das Buddeln leichter. Ich will nicht mehr in den Sandkasten spielen. Ich hole eine Plane. Damit können wir den Sandkasten abdecken. Das ist sowieso besser. Sonst machen nachher noch die Nachbarskatzen hier rein. Bäh. Hilfst du mir? So, jetzt kann keiner mehr reinmachen. Jetzt ist Tiger schon seit zwei Wochen bei uns. Ich wünschte, Tiger könnte für immer bei uns bleiben. Und das, obwohl sie in deinen Sandkasten gemacht hat? Ja, das war ja keine Absicht. Aber heute kommt Frau Meier aus dem Krankenhaus zurück. Und die wäre dann bestimmt ganz schön traurig, wenn sie ihre Katze nicht wiederbekommen würde. Aber so bin ich ganz traurig. Ja, mein Schatz. Aber die Katze gehört uns nun mal nicht. Die gehört Frau Meier. Tiger, willst du nicht auch lieber hierbleiben? Das ist bestimmt Frau Meier. Ich mache die Tür auf. Bringst du Tiger dann bitte mit runter? Komm, Tiger. Versteck dich unter der Decke. Da findet dich keiner. Und du kannst für immer hierbleiben. Jule, kommst du bitte mal runter? Ach, Mann, noch. Ich weiß nicht, wo Tiger ist. Jule, Frau Meier möchte dir etwas sagen. Ich habe gehört, dass du dich so nett um mein Tigerlein gekümmert hast. Ich finde das doof, dass die Tiger wieder mitnehmen. Das hat deine Mama erzählt. Aber weißt du, ich will Tiger gar nicht mitnehmen. Nein? Nein, ich bin nicht mehr die Jüngste. Und manche Sachen fallen mir schwer, alleine zu machen. Im Krankenhaus hatte ich ganz viel Zeit nachzudenken. Alle meine Freundinnen sind im Seniorenheim, weißt du? Aha. Und ich habe mich entschlossen, auch dorthin zu ziehen. Aber leider sind dort keine Katzen erlaubt. Dann bleibt Tiger bei uns? Deine Eltern sind einverstanden. Und mir fällt es ein bisschen leichter, wenn ich weiß, dass Tiger in guten Händen ist. Ach, Tigerchen, ich werde dich vermissen, meine Kleine. Du kannst sie ja besuchen kommen. Wenn deine Eltern nichts dagegen haben? Natürlich nicht, Frau Meier. Sie sind bei uns jederzeit willkommen. Danke, danke, danke. Huch, nicht so stürbisch. Tiger, bleib bei uns. Tiger, bleib bei uns. Ja, dann kann sie ja endlich die Maus in der Küche fangen. Tiger, nicht wieder mit der Maus spielen. Das Video hat euch gefallen? Dann lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Und abonniert unseren Kanal kostenlos, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst.